Das Lohmann-Dual-Huhn ist ein ganz ruhiges Huhn. Es ist eine Zweinutzungsrasse und sie haben einen sehr neugierigen, zahmen Charakter, die Tiere. Die Haltung unserer Zweinutzungshühner ist genau die gleiche wie die normale Biohaltung. Die Tiere haben verschiedene Bereiche, sie haben den Stall, den Aussenklimabereich, den Schlechtweterauslauf und die Weide. Im Übrigen halten wir die Hühner nach der Richtlinie von Bio Suisse. Die Legeleistung der Zweinutzungsrasse ist einiges tiefer als der normalen Legehybride. Die Legekurve steigt vor allem am Anfang langsamer an und die Eier sind eine längere Zeit noch klein im Gewicht. Was die Wirtschaftlichkeit dieser Rasse anbelangt, gibt es verschiedene Faktoren. Im Rahmen des Projekts haben wir die gleiche Arbeitsverdienste wie mit normalen Legehybriden. Es ist aber so, dass die Tiere wohl weniger Eier legen, aber auch der Futterverbrauch einiges geringer ist. Die Tiere haben weniger Eier, aber auch der Futterverbrauch einiges geringer. Bis zum nächsten Mal. D십 summons faites recuerde, damit diewoman Futterverbrauch einiges TP und angewandtet haben. Vielen Dank.